In der heutigen Gesellschaft ist ein strahlendes Latschellen ein Zeichen F1 Viertel R Gesundheit und Attraktivität. Viele Menschen traumen davon, ihre Z-A-Ni aufzuhellen, um ihr Selbstbewusstsein zu steigern und ein strahlendes Latschellen zu präsentieren. Klar ein Viertel glicherweise gibt es heutzutage eine Vielzahl von Methoden zur Zahnaufhellung, die es jedem Ärmer glichen, ein strahlendes Latschellen zu erreichen. In diesem Video werden wir die verschiedenen Maglichkeiten zur Zahnaufhellung nachher betrachten und ihre Vor- und Nachteile diskutieren. 1. Professionelle Zahnaufhellung beim Zahnarzt Eine der effektivsten Maglichkeiten zur Zahnaufhellung ist die professionelle Behandlung beim Zahnarzt. Bei diesem Verfahren verwendet der Zahnarzt hochkonzentriertes Bleichgel, das schnelle und sichtbare Ergebnisse liefert. Die Behandlung kann je nach Ausgangsfarbe der Zahnarzt mehrere Sitzungen erfordern, aber die Ergebnisse sind in der Regel beeindruckend und langanhaltend. Vorteile Professionelle Ergebnisse Schnelle Ergebnisse Langanhaltende Ergebnisse Nachteile H-Hierkosten im Vergleich zu anderen Methoden Empfindlichkeit der Zahnarzt nach der Behandlung maglich 2. Bleaching-Produkte FA-1-Viertel-R zu Hause Eine beliebte Methode zur Zahnaufhellung ist die Verwendung von Bleaching-Produkten FA-1-Viertel-R zu Hause. Diese Produkte umfassen Bleichstreifen, Gels und Zahnpasten, die eine geringere Konzentration an Bleichmittel enthalten als die professionellen Behandlungen beim Zahnarzt. Obwohl die Ergebnisse nicht so dramatisch sind wie bei der professionellen Behandlung, kann ihn sie dennoch zufriedenstellend sein, insbesondere FA-1-Viertel-R-Personen mit leichten Wehrfarbungen. Vorteile Bequemlichkeit der Anwendung zu Hause Gar ein Viertel instigere Kosten im Vergleich zu professionellen Behandlungen. Nachteile Nicht so effektiv wie professionelle Behandlungen Langsamere Ergebnisse 3. Natter-1-Viertel-Riche Zahnaufhellungsmethoden FA-1-Viertel-R diejenigen, die chemische Bleichmittel vermeiden matcht, denn, gibt es auch Natter-1-Viertel-Riche Zahnaufhellungsmethoden, die auf Natter-1-Viertel-Richen Inhaltsstoffen wie Aktivkohle, Erdbeeren oder Backpulver basieren. Diese Methoden kann in eine sanftere Alternative sein, um Wehrfarbungen zu entfernen und die Zahni aufzuhellen. Vorteile Natter-1-Viertel-Rich und schonend FA-1-Viertel-R die Zahni Gar ein Vierteln ist die EG und einfach anzuwenden. Nachteile Nicht so effektiv wie chemische Bleichmittel Ergebnisse kann ihn variieren. 4. Professionelle Zahnaufhellung mit Laser Eine weitere Option FA-1-Viertel-R die professionelle Zahnaufhellung ist die Verwendung von Laserlicht in Kombination mit Bleichmittel. Diese Methode ist besonders effektiv bei Hartner-Kiegen-Werfarbungen und kann in nur einer Sitzung zu sichtbaren Ergebnissen FA-1-Viertel rennen. Vorteile Sehr schnelle Ergebnisse Effektiv bei Hartner-Kiegen-Werfarbungen Nachteile H-Hier-Kosten im Vergleich zu anderen Methoden Magliche Empfindlichkeit der Zahni nach der Behandlung Fazit Es gibt viele verschiedene Maglichkeiten zur Zahnaufhellung, von professionellen Behandlungen beim Zahnarzt bis hin zu nataleinviertlerischen Methoden FA-1-Viertel-R zu Hause. Die Wahl der richtigen Methode H-NGT von individuellen Bäder-1-Viertler-Fnissen, Vorlieben und Budget ab. Egal FA-1-Viertel-R welche Methode man sich entscheidet, ein strahlend Weih-Eis-Latschellen kann das Selbstvertrauen stärken und zu einem positiven Lebensgefahr ein Viertel-H-L beitragen. Abonnenten Bis zum nächsten Mal.